Jo, halt zurück zu Assassin's Creed. Wir sollen ja mit Kira sprechen, um herauszufinden, was mit diesen anderen Königen nicht stimmt. Mal gucken. Meine Güte, Eivor, wie schön dich zu sehen. Da du noch hier bist, nehme ich an, dass Flan und Barret sich einigen konnten. Das konnten sie. So, so. Und wie groß war der Anteil deines reizenden Wesens dabei? Ich zeigte dem Hochkönig lediglich, dass er mir trauen kann. Es ist mehr als das. Du hast hier durchaus deine Spuren hinterlassen. Ich bin mir sicher, dass Flan dich mag. Anscheinend ist er nicht der Einzige. Ist er der Einzige? Schüchtern bist du ja nicht gerade. Nur aufmerksam. Wir müssen den Zuspruch möglichst vieler Königreiche erwirken. Flan sagte, du könntest dabei helfen. Ja. Die Könige Irlands teilen dem Hof des Hochkönigs ihre Sorgen mit, in der Hoffnung, dass sie erhört werden. Ihre Probleme reichen von kleineren Streitereien bis zu ernsthaften Nütten. Ich war so frei, die Nachrichten durchzusehen und diejenigen auszuwählen, welche die größte Wirkung entfalten könnten. Ich verstehe. Je größer der Gefallen, desto größer die Belohnung. Ganz genau. Halte nach Taubenschlägen Ausschau. Dort werde ich alle nennenswerten Aufgaben hinterlegen. Okay. Hilf ihnen mit ihrem Kummer. Und die Könige werden ihren Beitrag zu unserem Angriff auf Ulet mit Kriegern und Vorräten leisten. Hm. Lass uns das mal angucken, oder? Achso, alles lesen hier erstmal. So, Taubenschläge da hinten. Hm-hm. Hättest du mir auch gleich so geben können. Na, geht. Geil. Let's go, oder? Questlock, okay. Hm-hm. So, number one. Is this right back? Jawoll. Ich glaube irgendwie, da waren wir schon mal, weil... Genau, weil da nämlich eigentlich... Lass mal eben kurz gucken. Ne, wir fliegen da. Wir fliegen da. Wir reiten da mal kurz hin. Ups. Weil da nämlich schon so viele Kurze waren auf der Map. Und wo ist hier der Taubenschlag? Hm. Keine Zeit, Leute. So, das Ding da hinten. Der Turm kommt irgendwie bekannt vor. Naja, wir schauen mal. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Dann machen wir das auch nicht. Das heißt, es sind keine unnötigen Toten. Oh, das ist ein Thema. So geht das also nicht. Hm. So, wo wäre denn... Achso, hi. Doggy, keine Zeit. Wo wäre denn der Schmuck? Man hätte sich hier rein sneaken, komplett reinschleichen müssen, oder? Wo wäre denn... Okay, aber wo ist denn jetzt bitte dann der Schatz? Was soll denn das sein? Lass mal kurz gucken. Hm. Richtig geschnallt habe ich das nicht. Hm, hm, hm. So, wie soll das denn jetzt gehen hier mit dem Ding? Ich raff's nicht. Ich verlasse das Gebiet. Na gut. Also man darf hier keinen Scheiß bauen. Hm. Edelsteine. Das hat nicht geklappt. Unser was? Okay, das war halt, hm, okay. Das war zwar ein Auftrag, aber der hat nicht so richtig gut geklappt. So habe ich das jetzt verstanden, oder? So, Todesurteil. Unentdeckt bleiben, okay. Let's go. Müssen wir mal eben gucken, dass wir es irgendwie cleverer machen. So, wo ist das? Da drüben. Rapp, rapp. So, wo ist das? Let's gucken. Ganz in der Nähe da oben irgendwo. Hm, hm. Säubere das Lager. Und unentdeckt bleiben, ne? Das ist ja nice. We estar suggestions. Rapp. rapp. Täden. Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wie kommen wir denn da hinten ran? Ich weiß es noch nicht Tja, das ist zum Thema unten entdeckt bleiben, man. Tja, das ist zum Thema unten entdeckt. Und wie geht es? eure beute klar so die gießt Junge nicht schlecht immer vergiften Tja aber unentdeckt bleiben wir das denn machen sollen wenn die hier alle rum stromern und hauen wir ab es ist die hälfte ist geschafft so ein dummer rächen muss man kurz gucken hmm 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 Nun eile zum Festmahl des Allvaters. So und jetzt geht es noch hier um, wo ist das andere da unten oder was? Oder ist das schon wieder ausgeschaltet? Mal gucken, ja das ist ausgeschaltet, okay. Und das ist wirklich unten oder was? Mhm. Gehen wir zum Hafen oder? Ähm, sollen wir uns dann gleich neue Dinger holen? Weiß nicht, ob das jetzt hier noch... ...schon geht. Sind halt die von eben, oder? Hm. Keine und nur die Tode, jo. Juhu, das wissen wir. Okay, aber lass mal eben kurz gucken. Äh, abgeschlossen kann es nicht sein. So, Questlock. Wo ist denn das, was wir jetzt hier parallel haben? Das Ding will ich jetzt eben machen. Komm. Rotte sie aus. Okay, keine ohne Tode. Auf geht's. Töte... Töte die was? Die? Die Ziele. Mhm. Okay. Sieh mal nach, Sühnen. Ich müsste es weg, der Hatz. Er will meinen? Ich verstehe. So, jetzt läuft der weg. Wie sind es denn, zwei Ziele nur? Ah ne, da drüben sind auch noch welche. Viele, die sind schon zusammen. Sollen wir die nur bestätigen, oder was, die zwei? Okay. Mal gucken, ob das geht, ohne hier noch einzuschillen. Genau, keiner da. Also, man darf den nicht killen, aber wie soll man das denn sonst schaffen? Komm mal weg, ihr kleinen Äffchen. Jawoll. Schafft das, komm. Ja, dann kommt man mit hier, dann muss ich euch doch irgendwie ablenken. Komm, putt, 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 putt. Sehr gut. Alle schönen Zeitlumpen, der Todbringer, komm, flup, muss los. Welche Ziele gibt's denn noch? Habe ich was verpasst? Oh, 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 oh. Da drüben, da ist nur noch einer, okay. Okay. That's it. Ja, durch die Tür dahinten. Abflug. Okay, so geht's. Also, keine Leute killen, das kriegt man hin, aber nicht erwischt werden, also nicht gesehen werden. Ich finde, ich bin sehr anonym, oder? Unentdeckt bleiben, säubere das Lager. Also, das Ding von eben. Ist hier oben dann wieder, oder? Nö. Äh, 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 da unten. Okay, andere Quest und da könnte ich auch schön mal noch ein bisschen was einsammeln, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Tja, wie kommen wir da am besten hin? Ist das Quick Jump hier? Nö. Wir werden da einfach hinreiten. Es ist aber auf dieser Seite des Ufers, ne? Ja, okay. So, dann reiten wir da einfach ganz normal hin. Oh ja, das können wir eigentlich mal kurz machen. Eben kurz hier zurück einsammeln vom Markt, weil das müsste eigentlich ziemlich voll sein schon. Mal gucken, wie sieht's aus? Ja. Grüß, servus. So, jetzt wird's langsam eng, das können wir uns nicht mal leisten, das hier noch. Haben wir schon. Das ist zu knapp. Das ist auch zu knapp, mhm. 100, das kriegen wir hin. 40 haben wir nicht mehr. 120. Puh. Müssen wir schon ein bisschen sparen, ne? Was haben wir hier noch? 50. Die haben wir auch nicht mehr. Hier unten wird's haarig, ne? 100, 100, 100. Na gut. Dann schließen wir hier ab. Immer eine Freude. Mhm. So, wir haben gesagt, hinreiten. Ja. So, was war der Witz? Unentdeckt bleiben. Na, ich bin gespannt. So, was war der Witz? Was da auf dem Ausguck ist, keiner, oder was? Oh, komm. So, was war der Witz? 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 Treffen wir den da drüben? Also nicht So, wie viel haben wir denn noch? Noch zwei, drei irgendwie? Komm, hau ab Ist er der einzige jetzt noch? Oh no Ach, das ist doch echt kacke Okay Das ist auch noch unfreundlich Ärgerlich, der letzte Typ, ey Naja Was für eine Ausbeute Ja, da muss ich mal ein paar, kurz, ein paar Leute holen Kommt her Ärgerlich, ne? Den einen hätten wir jetzt nur noch flex-snipern müssen Naja Umgelaufen Okay, cool Das bedeutet aber auch Lass mal eben kurz schauen, dass wir hier Tap, tap, tap Wie sieht's hiermit aus? Da kann man noch was bauen Äh Schnellreise ist nicht, oder was? Äh, komm Oh, what's up Kann man kurz bestätigen Das wäre schön 대�ions was für die Wab Es geht λ b copyright Tab 温 Zu Wab Let Auf flips Wab 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 ich weiß nicht ob man die perfekt erfüllen muss wäre halt ärgerlich ne so wie kommen wir raus da achso Pfeile können wir natürlich gebrauchen Ärgerlich diese eine kleine Dussel ah da waren noch ein paar Jungs Quest abgeschlossen aber ich glaube das zählt nicht oder? ich weiß es ehrlich gesagt nicht so lass uns mal kurz dahin beamen dass wir das mal aufpimpen wo ist es da? Schnellweise so 200 oder was man hier braucht müssen wir hoffentlich haben mal gucken das ist dann schon vollständig hier ne? ja ja ok lass uns kurz gucken was ist noch nicht vollständig das hier vielleicht auch vollständig auch vollständig puh ist ja cool das hier auch das auch ok das noch nicht oder? genau ich meine man muss die sachen glaube ich perfekt machen die aufträge damit die auf das ziel einzahlen weil es war eben nur ein drittel abgearbeitet ich glaube das sind sie alle ist hier alles oder? mal eben kurz gucken ob es noch eins gibt was irgendwie nicht vollständig ist höchstens hier im süden noch das hier vollständig 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 auch da sind wir gerade das ist vollständig nochmal kurz geprüfen jo so das hier oben ist auch vollständig ausgebaut und das auch ne? ja cool ok dann können wir uns mal hier schön entspannt zurücklehnen aber wir holen uns mal kurz wo ist hier der wo ist der taubenschlacht? da oben hmmm schön eine reinknuffen so wo ist hier der taubenschlacht? da hinten taubenschlacht äh platz da ist alles immer noch miete mhm miete 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 ok das am nächsten dran mal kurz machen nimm keinen schaden ok pfff ok doki o also der im im Oh wow! Hier sind viele, mhm. Jawoll! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Wir müssen einen kühlen Kampf bewahren. Hau ab! Ja, der sucht immerhin. Ich wüsste gerne, was ich suche, ne? Das ist da bestimmt nicht. Oh shit, ne 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 ne. Oh, nimm keinen Schaden. Einfach mal gar nicht regieren, das ist auch gut. Ehrerlich, echt? Ich steppe euch nach mir! Oh shit! Oh shit! Nimm keinen Schaden, naja. Jop! So, ärgerlich, schon wieder kaputt gegangen, beziehungsweise, ups, was will er denn? Muss man schon schaffen irgendwie, ne? Das bringt uns nix. Ich werde gar nicht erfreut sein. Ich werde gar nicht erfreut sein, das ist bullshit. Okay, ich probiere das einfach mal irgendwie nochmal und dann schaue ich mal. Handelsposten haben wir alles fertig. Hm. Und dann, dass wir vielleicht die Aufträge nochmal, beziehungsweise Mainquests einfach weitermachen. Kann ja auch reichen. Oh, was ist mit dir passiert? Nix. Okay. Also, bis dann. Ciao!